Ja, guten Abend, liebe Leute. Es gibt wohl was Neues. Jedenfalls sagt es Twitter überall und hier und da, dass auf NA wohl ein Patch erschienen ist und die neuen Maps wohl da sind. Da bin ich sehr gespannt, ob wir den auch morgen früh haben und ob ich denen was ansagen kann zu den Maps und so weiter. Und ja, das wird dann morgen wahrscheinlich das Thema. Ansonsten haben wir morgen natürlich noch jede Menge Casts. Das ist klar. FanRack um 12, Liga 14, Liga 7. Wir haben um 18.30, 18.45 so um den Dreh. Da gibt es dann Liga 3 mit Saver und mir. Danach gibt es noch um 21 Uhr Akuro und Sentry mit Liga 13. Am Mittwoch gibt es Cast, am Donnerstag gibt es Cast, am Freitag. Am Samstag sind noch keine geplant. Wer weiß, was da vielleicht noch geht. Am Sonntag natürlich auch wieder im Mock am Start. Also ja, StarCraft Woche geht wieder gut rein und könnt ihr einiges gucken. Und da werde ich auf jeden Fall mal sehen, dass ich vielleicht Samstag... Also ein paar Sachen sind da noch übrig, sage ich mal so. Wird jetzt natürlich interessant, wenn ein Patch kommt, geht es wieder darum, wenn man zu zweit castet, muss der eine wieder im Discord wahrscheinlich streamen, weil sonst gibt es über Stream-Delay ganz wilde Situationen. Oder man muss die Replays gleichzeitig laden und sinken oder sowas. Ist natürlich ein bisschen blöd. Das haben auch tatsächlich einige schon vorgespielt. Deswegen wird es hier und da auch nicht nur in der nächsten Woche quasi sein, sondern auch in dem nachfolgenden Zeitraum noch. Aber das kriegen wir schon alles hin. Da bin ich mir relativ sicher. Und ansonsten habe ich heute... Was habe ich heute gemacht? Ich habe eben gerade die Stream-Links... Äh, Stream-Links... Die Sponsoren-Links endlich mal unter den Stream gepackt. Also auf dem SC2.de-Kanal könnt ihr jetzt auch unten die Sponsoren anklicken, so wie es sein soll. Alles ist eingerichtet und so weiter. Ich habe für morgen natürlich die Replays und sowas vorbereitet für die anderen Casts. Das ist logisch. Ich habe alle Überweisungen rausgepackt für das Jahr 2022. Habe ich fast, fast muss ich sagen, nicht alles, aber fast alles. Bei ein paar Leuten fehlen mir immer noch Rückmeldungen, ob sie das Geld haben wollen und wohin das gehen soll. Dementsprechend muss ich da vielleicht noch eins, zwei, drei Leute nochmal anhauen, wie das aussieht. Aber ansonsten ist jetzt alles fertig soweit. Und dementsprechend habe ich auch schon wieder im Hinterkopf, okay, das spielt natürlich mit rein, wenn es dann um den Jahresrückblick quasi geht, 2022. Dass ich das auch so als kleinen Punkt habe, wie sieht es eigentlich geldmäßig aus? Was war das Jahr 2020? Ja, 2020, ja. Sehr, sehr stark. Ne, wie das Jahr 2022 so war und dann eben auch, ja. Wie waren die Streamzahlen überall? Wie waren die Streamzahlen allseits auf meinem Kanal, auf dem SC2.de-Kanal? Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Alles, was ich dann auch so rausfinden kann, werde ich nochmal machen. Und dann zeige ich euch das irgendwann. Ich hoffe, dass ich es irgendwie so im Januar noch schaffe, aber ich garantiere es, garantiert nicht. Und ja, das war so, was ich heute gebastelt habe. Natürlich nebenbei so ein bisschen Wikipedia eingetragen. Während ich One on Main geguckt habe und gleichzeitig Deutschland. Also heute war Multitasking angesagt so ein bisschen. Also ja, soviel dazu. Das war Montag. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht irgendwann. Kommt gut in den Dienstag und haut rein. Kommt gut in den Dienstag. Kommt gut in den Dienstag.